Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Trickerion, Meister der Magie vor. Wir befinden uns im späten 19. Jahrhundert in der Stadt Magoria, die auch die Stadt der Magier genannt wird. Und genau solche Magier spielen wir hier auch und wollen möglichst viele neue Tricks lernen, die Requisiten dafür kaufen und diese Tricks, die wir dann gelernt und vorbereitet haben, im Theater aufführen, um das Publikum zu begeistern und der beliebteste und bekannteste Magier der Stadt zu werden. Trickerion ist ein Spiel von den Autoren Richard Eymann und Viktor Peter mit Illustrationen von Willow Farkas. Es ist für zwei bis vier Spieler ab 15 Jahren, dauert circa 30 Minuten pro Spieler und ist bei Korax Games erschienen. An Material mangelt es bei Trickerion nicht. Marker, Karten, Plättchen, Würfel, Tableaus, es ist alles in Hülle und Fülle vorhanden. Jeder Spieler erhält ein Zauberkünstler inklusive Werbeplakat, die sich auf die vier Zauberschulen technisch, mental, entfesselnd und optisch aufteilen. Dazu gibt es ein passendes Tableau und Startkapital, bestehend aus einem Trickerion-Splitter, Geld, Auftragskarten, persönlichen Markern und nach Wahl, Trickkarten, ein paar Requisiten und einem Spezialisten samt seinem Material. Der Spielplan kommt in die Tischmitte. Hier gibt es vier sogenannte Schauplätze, die mit entsprechendem Material bestückt werden. Trickerion wird über sieben Runden gespielt, wobei jede Runde in sieben Phasen aufgeteilt ist. Grundkonzept ist das Erlernen von Tricks. Diese benötigen Requisiten, die man am Markt erstehen kann und werden schließlich in der eigenen Werkstatt vorbereitet. Ruhm gibt es aber nur, wenn man den vorbereiteten Trick aufgebaut hat und er im Theater aufgeführt wird. In der ersten Phase werden die Stadtwürfel geworfen. Sie geben an, welche Zauberschulen gelernt und welche Mitarbeiter im Stadtzentrum diese Runde angeheuert werden können. Wer aktuell hinten nickt, beginnt die Runde. Jeder Spieler darf gegen Geld sein Werbeplakat aufhängen, um noch ein paar Ruhmispunkte zu erhalten. Jetzt beginnt der Kern einer Runde. Die Spieler legen verdeckt Auftragskarten unter ihre Mitarbeiter. Die Auftragskarten zeigen immer einen der fünf Schauplätze. Stadtzentrum, Marktplatz, dunkle Gasse, Theater und die persönliche Werkstatt. Jetzt wird gleichzeitig aufgedeckt und die Spieler schicken reihum abwechselnd einen Mitarbeiter zum bestimmten Schauplatz. Jeder Mitarbeiter bringt Aktionspunkte mit und an jedem Schauplatz gibt es verschiedene Aktionsfelder, die ebenfalls Aktionspunkte zeigen. Die Summe aus beiden ist die Menge verfügbarer Aktionspunkte für diesen Mitarbeiter in diesem Schauplatz. Zusätzlich kann man jetzt genau einen Tricarion-Splitter abgeben, um die Summe um 1 zu erhöhen. Diese darf man nun auf beliebig viele Aktionen von diesem Schauplatz aufteilen. Am Stadtzentrum kann man für drei Aktionspunkte zum Beispiel einen neuen Trick entsprechend dem Würfel erlernen. Diesen darf man sich frei aussuchen, sofern man genug Mindestrum erlangt hat. Weitere Aktionen sind hier zum Beispiel das Neuwürfeln für einen Aktionspunkt bzw. das Umdrehen eines Würfels auf eine beliebige Seite für zwei Aktionspunkte. Setzt Grün zum Beispiel seinen Zauberer auf das erste Aktionsfeld, so erhält er drei Aktionspunkte durch den Zauberer und zwei durch das Aktionsfeld. Er will einen technischen Trick erlernen, der aber im Moment nicht verfügbar ist. Grün verwendet zwei Aktionspunkte für das Umdrehen des Würfels und kann dann für drei Aktionspunkte seinen Wunschtrick erlernen. Außerdem kann man in der Stadt neue Mitarbeiter einstellen und Geld erhalten. Dieses Grundkonzept wird an allen Stationen umgesetzt. Am Markt kauft man Requisiten oder bestellt hochwertigere. In der dunklen Gasse kann man mächtige Auftragskarten für besondere Aktionen erhalten und in der Werkstatt werden Tricks vorbereitet. Das Theater ist etwas Besonderes. Hier reserviert man sich einen Tag für seine Vorstellung. Jeder darf nur eine Spalte nehmen. Mitarbeiter hinter den Kulissen können nun Tricks aufbauen. Die Tricks werden durch diese kleinen Plättchen symbolisiert. Sie kommen auf einen Regieplan. Legt man dabei geschickt an, erhält man durch sogenannte Trickroutinen, also eine Show, die flüssig ineinander übergeht, direkt extra Punkte. Um vorzuführen, muss der Zauberer auf die Bühne. Dafür kann er diese Runde nichts anderes machen. Sind alle Mitarbeiter verteilt, werden Vorstellungen gegeben. Wer donnerstags aufführt, darf sich als erstes einen Regieplan aussuchen. Dann Freitag, Samstag und Sonntag. Für das Aufführen gibt es jede Menge Punkte, je nachdem, wie gut die Show geplant ist und welche Mitarbeiter man mitgenommen hat. So bringt zum Beispiel die reizende Assistentin ebenfalls Extra-Punkte. Bei der Aufführung werden auch Tricks von anderen Zauberern aufgeführt. Die Mitspieler erhalten dann auch Punkte und Geld für ihre Tricks. Sie haben sozusagen einen Gastauftritt in der Show. Wer nach sieben Runden den meisten rumgesammelt hat, gewinnt. Tricarion ist ein Spiel, was uns wirklich, wirklich begeistert hat. Das ist genau das Richtige für all diejenigen, die gerne ein abendfüllendes Spiel haben wollen, was hochkomplex ist, wo man sehr viel über seine Züge nachdenken möchte, wo man wirklich, wirklich viele Sachen machen kann. Ihr seht, der ganze Tisch ist voll. Es gibt unendlich viel Material und genau dieses ganze Material braucht man auch während des Spiels. Also man kann sich nicht auf eine Sache konzentrieren. Man muss alles im Blick haben, weil alles miteinander zusammenhängt. Man muss die Tricks kaufen. Dann braucht man dafür die passenden Requisiten. Man will die Tricks ja möglichst in der gleichen Runde auch noch aufführen. Man muss gucken, wo führe ich sie auf, wie führe ich sie auf, an welchem Tag führe ich sie auf und, 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 und. Also es ist wirklich wahnsinnig komplex und macht wahnsinnig viel Spaß. Wahrscheinlich all denjenigen, die gerne komplexe Spiele mögen. Und mit der Zeitangabe ist es so, da steht ja 30 Minuten pro Spieler drauf. Das stimmt für das Grundspiel. Da gibt es ja nur fünf Runden. Allerdings passt das überhaupt nicht hier zu der Erweiterung, weil da gibt es einfach zwei Runden mehr und eine Station mehr. Das heißt, das Spiel dauert auch länger. Und wir haben jetzt zu zweit, obwohl wir geübt waren, immer noch drei Stunden gebraucht und zu vier sogar vier oder fünf Stunden. Also es ist wirklich ein abendfüllendes Spiel. Aber es konnte alle begeistern, auch alle, mit denen wir es gespielt haben, die haben gesagt, oh, ihr müsst uns unbedingt nochmal einladen, wir müssen das Spiel nochmal spielen, weil wir haben ja noch gar nicht alles hingekriegt beim ersten Mal. Also es ist wirklich ein Spiel, was auch so ein bisschen eine Lernkurve hat, weil man dann besser weiß, was gibt es alles, wie muss ich das einsetzen? Und was dann wirklich richtig gut wird, wenn man es schon mehrere Male gespielt hat. Uns sind zwei Kleinigkeiten aufgefallen. Die wir uns vielleicht einen kleinen Ticken gestört haben. Und das eine ist, jeder Magier hat in der Erweiterung eine Spezialfähigkeit. Und uns kam es jetzt auch vor, als wären nicht alle gleich stark. Also es gibt zum Beispiel welche, oder einen, der immer pro Runde ein Handlanger verstärkt, also der dem einen Aktionspunkt mehr gibt. Das fanden wir jetzt ein bisschen stärker, als einen, der einmal pro Runde auch noch für eine Aktion hier eine Prophezeiung austauschen darf. Also das fanden wir jetzt nicht ganz so verteilt. Und damit zusammenhängt auch, die Magier kommen ja aus verschiedenen Schulen. Und es gibt eine Schule, wo wir einfach die Stadtzauber ein bisschen schwächer fanden, als die anderen. Und der, der die spielt, hat es ein bisschen schwieriger, fanden wir jetzt. Was uns auch aufgefallen ist, das Spiel hat ja eigentlich so gut wie gar keinen Glücksfaktor. Aber es gibt eine Station, nämlich hier das Stadtzentrum, wo man alle Aktionen, also die wichtigen Aktionen, die wo man die Würfel einsetzen kann, nur mit drei Aktionspunkten machen kann. Und da ist es dann so, wenn man noch einen vierten Aktionspunkt hat, den man zum Beispiel mit einem Tricarion Splitter ja hinbekommt, wenn man schon drei hat, dann darf man einmal neu würfeln. Und da gibt es eben die Chance, ein X zu würfeln. Und das ist bei uns ein paar Mal passiert. Und dann war der ganze Zug, der war dadurch verloren. Weil wenn man da nur einen Trick lernen wollte und dann alles aufgebaut, also seinen ganzen Zug, darauf hingeplant hat, dass man diesen Trick dann in der Runde, dass man dafür die Requisiten kauft, dass man den Trick ins Theater bringt, vorher vorbereitet und dann aufführt. Und dann klappt es nicht, weil man ein X gewürfelt hat, dann ist es schon ein bisschen bitter. Weil wenn man das X würfelt, darf man gar nichts sich aussuchen. Genau, wir haben überlegt, vielleicht wäre es gut, wenn man hier zwei Tricarion Splitter einsetzen dürfte, um dann wenigstens die Chance zu haben, nochmal zu würfeln. Ist aber jetzt vom Spiel her so nicht angedacht. Aber das sind wirklich nur zwei Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind. Alles andere ist wirklich, wirklich top. Das Material ist top. Das sieht toll aus. Es ist sehr stimmungsvoll. Und wirklich ein wahnsinnig gutes, abendfüllendes Spiel. Ja, dann hoffen wir, wir konnten euch hier einen guten Eindruck in das Spiel vermitteln. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen. Hoffen, ihr lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Ja, und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt, spiel doch mal.